Musik Wow, wow, wow! Kinder, für was wird es wieder Zeit? Für Crush-O-Rama! Heute spiel mir! So, hey! Hey! War das Bill Cosby? Du hättest tot sein sollen! Ich könnte mich mal neben dich und spiel dabei! Nö, nö! Bill Cosby! Geh weg, Bill Cosby kommt gleich! Ja, das war's schon zu spät! Jetzt bin ich am Game Pass! Du weißt nicht, wie er auslassen wird! Wenn er erfährt, dass du hier bist! Ihr habt den Schlangenboss am Schang gespielt ohne dich! Weil ich hab gedacht und gehoffte, er ist tot! Ich has den Boss sowieso! Also los geht's! Nee, ist okay! Du musst dich nicht entschuldigen! Ich wollte dich weiter beleidigen! Also jetzt sind wir hier! Was ist das? Warte! Der Sumpf der Kriech Piranhas! Oh, ich kenn den Level, der ist cool! Ich mag dich! Ich mag dich nicht! Das ist Sumpf-Scheiße! Das ist Sumpf-Geilheit hier! Wow! Das war... Das war scheiße! Das war super! Das ist alles für dich hier! Ich kann noch... Ich muss noch... Nein! Nein! Yeah! Das hat sich gelohnt! Yeah, boy! Ah ja, wenn meine Stampfattacke auf die macht, dann sterben die! Nein, tun sie nicht! Ich sterbe! Aber wenn... Boah! Zum Glück sieht man ja nicht alles so gut! Anthony, ich hab ein Problem mit diesem Spiel! Das nennt man nicht umsonst 3D-World! Ja! Du spielst viel zu leicht! Später in der... In dieser... Superwelt! Also in dieser Welt nach dem Spiel, das wird alles richtig hart! Stimmt, wir wollen den ja auch spielen, aber das ist nicht ein bisschen zu schwer für uns! Ich meine, die haben... Ich denke, wir haben den nur bis zu Level 3 oder so spielen können bis wir sie gegeben haben! Oh, also mach du! Du bist Katze! Schnellschnell, mach! Fuck! Und ja! Äh! Das war ich! Was? Wer war das? Nichts! Wer war das? Nichts! Nee, niemand! Okay, super! Das haben wir gut hingekriegt! Also ich nehm mal die Fahne! Okay! Ich will den halt noch bekämpfen! Der bewegt sich halt viel zu schnell! Ich wollte ihn da reinkriegen! Ich könnte schwören, der ist ihn gar nicht! Ich suche hier die ganze Zeit nach verschreckten Blöcken, aber es gibt keine... Fuck! Eddie, die Krone! Ah, er ist tot! Oh Gott! Pass auf! Komm schnell! Ich beeile mich! Oh, dann unter Wasserlevel habe ich echt gekriegt! Da kommen wir unten durch! Ah, ne! Scheiße! Schnell! Schnell! Er kommt raus! Scheiße, scheiße! Mr. Piranha kommt raus! Es wird jetzt Zeit für die Wahrheit! Ganz ehrlich! Ich bin Bill Caspian! Nein! Ich... Ja! Ich weiß! Ihr habt alle gedacht, oh, Bill Caspian, Crush-O-Rama! Uh, krass! Komm her, ich werf dich da kurz rein! Ja, okay, mach! Aber eigentlich bin ich Bill Caspian, also... Sorry, Leute! Oh, Alter! Oh, da konnte man hoch! Deswegen... Ja, dann geh ich wieder zurück! Nee, 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 nee! Geh zurück! Du stirbst jetzt! Nimm die Blase! Mach Blase! Oh, okay! Da hätten wir so nach oben gehen können! Verstehe! Verstehe! Haben wir überhaupt schon über die Switch geredet? Nee, oder? Nee! Heute ist der Tag dafür! Die Switch! Heute kam die Switch raus! Nee! Was? Heute ist der dritte März! Wie ihr ganz deutlich unten sehen könnt! Ja! Nee! Und die Switch ist raus! Wir haben grad die Switch! Ich halt sie grad in der Hand! Und mein... Mein Fazit dazu ist... Ah! Nee, da ist die Krone! Willst du sie nicht haben! Warum dreht sie sich? Oh, die Platon dreht sich! Ey, was hältst du von der Switch? Du hast ja schon sehr viel davon gespielt! Ist es ne zweite Wii U oder so? Ja, das stimmt! Max schnell! Mehr ist es nicht! Nicht mehr! Nicht weniger! Maxi! Hättest du nicht schnell... Ach! Ich hab alles! Ich hab alles! Keine Sorge! Nicht sterben! Aber wir haben schon alles! Ja, also! Die Switch ist cool! Vielleicht hättest du ein bisschen besser sein können an einen oder anderen Punkten! Wie... Akku! Oder Speicherplatz! Aber sonst! Ich freu mich auf Super Mario Odyssey! Ja, aber das kommt erst im Winter! 1000 Uhr! Äh... Oh, ich will auch! Ein Spiel, auf das ich mich freue, ist Arms! Und ich denke, viele stimmen mir da irgendwie nicht zu! Ja, Arms ist schwul! Ich bin viel... Hallo? Ich bin viel gehypter um Arms, als um... Keine Ahnung... Want to Switch! Oder... Okay, nicht Breath of the Wild! Aber halt... Ja, das sollte ich gerade sagen! Nicht um Zelda! Aber halt... Ich freu mich schon auf Zelda! Ich weiß nicht, ob wir's Let's Playen werden oder ob jetzt Anthony vollkommen alleine spielen wird! Anthony, was ist deine... Was ist deine Entscheidung? Wirst du unsere Fans in den Stich lassen? Und die 20.000 anderen deutschen Let's Player als Let's Playen lassen? Oder werden wir... Vielleicht kannst du spielen! Ein Kanal mit 29 Abon... Was?! Das ist... Das ist Scheiße! Das ist Scheiße! Ja! Wuh! Das ist noch mal der Vorteil! Ja! Genau! Wuh! 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 Ich hab das Teil noch nie in diesem Spiel genommen! Ich auch nicht! Glaube ich echt noch nie! Ich denke, wir haben's wahrscheinlich das erste Mal einfach genommen, zu sehen wie es ist, aber halt sonst nie! Wir sind Albinos! Ah, okay! Das geht trotzdem! Du kannst trotzdem sterben mit dem Gift! Ach so! Was? Im Gift schon, aber halt! Ja, ich weiß aber halt! Ja! Komm schon! Ja! Ich mag die Junggeselle! Ja, ja! Also! Aber was ich komisch finde, ist, warum das Witch halt in Deutschland 330 Euro kostet und in Frankreich nur 300 Euro! Ey, ich dachte dafür gab es einen ganz guten Grund! Ah ja! Ich bin sofort initiiert zu sein! Okay! Dann lass halt unsere ganzen Fans in Stich! Ja! Kein Problem! Wir haben den mittleren Stern jetzt nicht! Oh! Was ich denke, ich machen werde, ist... Ich werde Zelda privat für mich spielen und auf Crash'Rama spielen wir es mit dir! Ich weiß nicht! Dann wüsst du mir... Ich bin nicht gut darin, Zelda-Spiele zu spielen! Ich bin richtig scheiße in Zelda-Spiele zu spielen! Ja, deswegen! Ich werde dann schon alles wissen, falls wir hängen bleiben und für die Show das nicht gut ist! Ach so, artig! Weiß ich ja, der Ball praktisch schon alles! Aber du wüsst mir da nichts freuen, oder? Oh, dann ist ja gut! Dann ist ja gut! Okay, wir haben es endlich geschafft! Ja, zum Glück! Wow! Yes! Und das vollkommen mit Skill! Ja! Um ehrlich zu sagen! Ohne Cheats, ohne Items! Das ist nur speziell! Das ist nicht richtig! Das ist falsch! Alles falsch, ja! Hey, geht mal weg! Geht mal weg! Okay, gut! Oh, keine Röhre! Die wollte ich! Ja! Ja! Und, was willst du dagegen machen, ne? Nichts? Doch, nichts mehr! Was, hier sind wir ganz normale Talukis! Lol! Okay, gehen wir da rein! In ein Haus von Tod! Gehen wir in ein Haus von Tod! Ins Tod Haus! I wanna be funny, man! Äh, groß, groß, groß! Groß, groß, groß! Big Package! Yes! Aber ich behalte Tanuki! Ja, ich auch! Also nehme ich das hier! Und das andere Tanuki! Und Katze, oder? Oder verschwindet dann die Tanuki? Nimm Katze! Warte, mach mir das weg! Und nehmen wir die Katze! Okay, los! Weg, weg, weg hier! Weg hier! Oh, fuck! Wann gehen die Tods, nachdem das Haus verschwindet? Nach Hause! So ne lahme Antwort! Okay, lass uns gegen Kleinstein kämpfen! Rocko! Ne, nicht Rocko! Whoops! Achso, jetzt geht's eigentlich tatsächlich schon! Float on the Rock, man! With two arms! With two arms on each side! Schau mal, ich bin Michael Jordan! Ja, das war's! Klasse! Könnt ihr mal ein bisschen langweiliger sein? Okay, mit dem Fortschritt ein Level pro Folge wird's gar nix! Ja, und deswegen machen wir weiter! Tschüss!